Hey und willkommen zurück zu Mario Kart 8 Deluxe! Wir starten heute rein mit dem Bewohner, diesmal wirklich, und zwar Bärchen, Bolide, Blatt und Papierflieger. So, was die Challenge ist, das zeige ich euch dann gleich noch am Anfang. Als erstes mal aber jetzt, wir starten in den Crossing Cup in gespiegelten Modus rein. Nämlich, machen wir heute keinen Noob-Modus, könnte man sagen. Heißt, wir machen beides an. Schlausteuerung, Autobeschleunigung. Aber es ist ein bisschen schwieriger, das Ganze zu machen. Machen wir die Map aus, das heißt, wir wissen nicht, wo sind jetzt alle. Das ist zwar jetzt beim Babypark noch unnötig und egal, aber wenn du zum Beispiel erster bist und du denkst, oh Gott, werde ich jetzt nochmal überholt? Naja, da wäre das dann doch nochmal ganz hilfreich zu wissen. Aber wie gesagt, wir machen das in... Ich drücke... Achso, ich muss jetzt eigentlich schon drücken. Moment, den Anfang muss ich schon machen. So, dann wir müssen hier reingehen. Die Karte machen wir nämlich aus mit X. Und dann noch Schlausteuerung an, Autobeschleunigung, Bewegungssteuerung bleibt mal aus. Ach, guck mal, hier ist auch die simple Steuerung. Die kann man ja auch leider nicht verändern, soweit ich weiß zumindest. Okay. Und dann, wie gesagt, ich drücke nichts außer... Eigentlich muss ich jetzt wirklich nur lenken, Item einsetzen und driften. Mehr muss ich nicht machen. Ich weiß nicht, warum die jetzt manchmal einsetzen. Ich meine, ich mache ja nichts. Äh, ja. Und wenn ihr euch fragt, wo ist denn das jetzt eine Einschränkung? Das ist doch... Ich meine, das ist doch der Noob-Modus. Könnte man sagen. Naja, es ist halt möglich, dass die Schlausteuerung einen in die Mitte einer Maps herrt. Und naja, dann kann es halt mal gut passieren... Ach, guck mal, Luigi ist erster. Gleich nicht mehr. Oh, ups. Äh, dann kann es halt gut mal passieren, dass du in eine Banane reingeballert wirst. Durch den... Oder reingezogen, besser gesagt. Durch den Noob-Modus. Und gleichzeitig, naja, ohne Karte ist natürlich eine Challenge, weil ich halt immer... Ihr kennt ja, ihr habt das auch wahrscheinlich schon öfter mitbekommen. Ich mache das halt recht gerne immer wieder so ab und zu auf die Karte gucken. Ah, wo sind denn alle so? Okay, schaut gut aus. Ich habe Vorsprung. Ja, und der ist schlecht. Hm. Oh, ich dachte, ich bin schon durch. Oh, Luigi, was fällt denn die ein? Willst du jetzt schon mir die Challenge kaputt machen, oder wie? Das sehe ich aber nicht ein. Wo sind wir? Boah, der ist ja voll weit vorne. Oh, oh. Ich meine, ich kann auch schlecht was machen. Äh. Ich weiß nicht, wann ich mich jetzt überholt habe. Was ist das? Eine halbe Runde vorm Ende, ne? Das ist ja so gemein. Boah, ja, okay, Leute, das war's. Ja, das ist ja so unfair. Die ganze Zeit nicht einmal und jetzt 10.000 Mal getroffen. Ja, sicher. Ja. Ah, mhm, vierter Platz. Das ist ja mal mega fies, oder? Das war jetzt typisch Mario Kart. Ich war Erster die ganze Zeit. Okay, ab und zu meine ich, aber ja. Nee, Leute, das Ganze sehe ich jetzt nicht ein. Wir machen das Ganze nochmal und dann sehen wir uns, wenn ich hier Erster bin. Also wirklich, das kann doch nicht wahr sein. Vierter Platz, hallo? Ich wurde schon wieder so gemobbt, gerade in der letzten Runde. Es war ein Blitz, danach war ein blauer Panzer, dann wurde ich überfahren und dann kam noch ein roter Panzer. Aber Leute, ihr seht schon, ich habe gewechselt. Wir spielen jetzt nicht mehr mit dem Bärchen-Bolide, sondern mit dem Wiggler irgendwas. Nämlich, das sind quasi dieselben Fahrzeuge. Sie unterscheiden sich bloß ein bisschen in Gewicht und Haltung. Äh, Haltung? Haltung? Ich glaube, Handling, Handling, Handling macht mehr Sinn. Warum habe ich mir Haltung aufgeschrieben? Und ich dachte mir, das nutzen wir gleich, um den letzten Animal Crossing Bewohner noch hier reinzubringen. Nämlich die Bewohnerin, so. Ah, guck mal, die Blattdinger, die machen ja wirklich auch Blattgeräusche, ist ja cool. So, und erneut geht es, wie gesagt, auf Bewegungssteuerung zu ver... Äh, was ist nicht Bewegungssteuerung? B, äh. Boah, Gott sei Dank, sie lässt mich, die Schlau-Steuerung, ja krass. Ich drücke weder A, noch versuche ich hier irgendwelche krassen Abkürzungen zu nehmen, weil die Schlau-Steuerung sonst kommt. Äh, nope, das geht nicht. Ich hatte gerade wieder auch in dieser Runde, in der letzten Runde, sehr Angst vor, äh, ob ich jetzt doch nicht mehr Erster werde, weil... Naja, ich weiß nicht, wo die anderen sind, ne? Es kann sein, dass ich jetzt schon einen krassen Vorsprung aufgebaut habe. Naja, oder eben halt auch nicht, ne? So einfach ist es nämlich. Ja, und da kommt schon wieder ein Blitz. Also, was ist denn das für eine Runde? Ich muss sagen, aber es ist vielleicht auch ganz gut, dass ich nochmal neu gestartet habe, weil wir haben jetzt eine viel bessere Konstellation. Wir haben jetzt zum Beispiel als Gegner Melinda und den Bewohner. Ich glaube, davor war weder noch dabei in der Runde, in der Konstellation. Deswegen ist es, äh, ja, ganz okay, würde ich sagen. Also, es nervt mich zwar schon so ein bisschen, aber egal, wie wir damit leben. Die Schlau-Steuerung schränkt mich auch noch gar nicht. Ich hab's doch gedrückt. Mann, okay, aber wir sind tatsächlich einen kleinen Abstand sogar vorne, würde ich mal vermuten. Weil gerade auch von der Bombe nicht mal ansatzweise jemand getroffen wurde. So, da hat jetzt die Schlau-Steuerung tatsächlich mal geholfen. Habt ihr's gesehen? Weil ich wurde ein minimales Stück, ja, in der Luft, oder? Am besten falle ich dann da runter und muss nochmal die ganze Strecke fahren. Es wäre interessant, ob das möglich ist. Also, ich weiß es nicht, weil da, man fährt ja auch nach unten, dann macht man so eine Kurve und fährt nach oben und dann fliegt man. Keine Ahnung, ob das so möglich ist. Boah! Weiß nicht die Schlau-Steuerung. Diesmal nicht. So. Aber die ist ja auch so cute, die Bewohnerin. Wirklich, sie gefällt mir richtig gut. Also, die macht richtig cute Emotionen. Ich glaube, der Bewohner macht da ein bisschen was anderes. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, aber ich würde es mal so vermuten. Zumindest ist mir das vorher nicht so aufgefallen beim Babypack. Aber klar, da macht man auch keine Stunts, fällt mir grad auf. Also, richtig cute Stunts, auch immer mit den Emotionen. Richtig super gemacht. So, jetzt krieg ich eh eine Coin. Ja, war ja mehr als klar. Also, die Chance lag jetzt auch wirklich, die war sehr hoch, dass da jetzt eine Coin rauskommt. Ich muss sagen, ich kann die Strecke gar nicht wiedererkennen. Das wäre, als würde ich jetzt gerade zum ersten Mal die Strecke fahren, weil... Irgendwie, es hört die so anders aus, dadurch, dass sie gespiegelt ist. Also, so komplett anders, ne? War auch grad wirklich nicht gut, muss ich mal zugeben. Aber irgendwie haben wir es hinbekommen. Sehr schön. Ah ja, die Bewohnerin gefällt mir. Mit der läuft es auch bis jetzt ganz gut. Da seht ihr mal, okay, aber der Bewohner und Melinda kacken beide rein ein bisschen. Das sind jetzt nicht so unbedingt meine direkten Gegner. Das heißt, die These, die ich vor, weiß ich nicht, wie vielen Parts aufgestellt habe, dass immer vom selben Typ oder vom selben Genre dann der direkte Gegner ist, ah, die stimmt nicht ganz so. So, und mich nervt es halt schon, weil dieser Cup, also, dass ich nochmal neu starten musste, weil dieser Cup ist ja eigentlich schon so einer meiner Favorites. Ich meine, ich mag die letzten drei Strecken allesamt sehr gerne. Oh, das war zu früh, oder? Oh, doch nicht, okay. Also, D mag ich sehr gerne. Ich mag natürlich auch die Animal Crossing Map sehr, sehr gern. Und auch, ähm, ja, außerdem mag ich noch sehr gern die, 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 wo wir gerade gefahren sind eben. Die war ja auch nicht so schlecht, ne? Babypark, das, ich weiß nie, was ich von Babypark halten soll. Ich meine, es ist eine coole Idee mit diesen sieben Strecken, aber gerade als ich die nochmal direkt zweimal hintereinander gefahren bin, ja, da war sie schon ziemlich langweilig, muss ich sagen. Ich meine, du fährst im Kreis, mehr machst du halt nicht, ne? Vor allem, wenn du halt Erster bist und es dir auch wirklich nur ums, oh mein Gott, war das close. Äh, wenn es dir auch wirklich nur ums Erster sein geht, dann fährst du das im Kreis, wirst ab und zu getroffen, wenn, wenn sie dich mobben wollen, die hinten. Und, ja, das war es halt auch schon, ne? Ach, guck mal, es läuft richtig gut. Und das ist mein Lieblingsstunt, wirklich, wenn er sich so, wenn die sich so umdrehen, das ist ja bei jedem Tag, ne? Also so, aber wirklich komplett hochspringen, nicht so wie es jetzt gerade war. Sondern vielleicht erfahren wir es hier. Okay, es ist anscheinend immer dasselbe. Vielleicht freue ich mich da jetzt auch. Bin mir gerade nicht mal mehr sicher. So, das ist jetzt auch gerade ein bisschen dieses Unmut, dass ich nicht weiß, wo sind denn meine Kontrahenten? Wo sind denn meine Gegner? Was soll das? Ah ja, das ist halt das Ding ohne Map. Also ich finde, ich würde sogar auch sagen, dass, ja, der Noob-Mode so. Ach ja, guck mal. Jetzt habe ich zum Beispiel gesehen, dass die mich jetzt überholen werden. Nein? Oh mein Gott, direkt die nächste, oder wie? So, wir können eigentlich auch machen, dass ich ab jetzt nicht mehr zurückschauen kann. Habe ich jetzt eh zum ersten Mal gemacht. Da dieses Lachen ist meine Lieblingsstunt-Animation. Auf jeden Fall. Vielleicht macht sie die jetzt nochmal. Hier hat sie auch bis jetzt nur zweimal gemacht. An derselben Stelle fällt mir auf. Also wird es wahrscheinlich nicht mehr das geben. Oh, nicht mal einen Stunt dafür bekommen. Wow, hat mich das gerade verlangsamt, die Autoführung. Krass. So, und machst du es einmal? Ey. Ah, jetzt hat sie es nochmal gemacht. Das Lachen, das ist so cute. Also ich darf nicht nach hinten schauen, sonst kann ich mich ja vergewissern. Boah, ich dachte gerade, dieses Toad-Teil ist einer. Okay, aber jetzt am Ende ist es ja wurscht, ne? Auf den letzten Metern kann man das vermachen. Also ja, die Bewohner sind mega cute. Gut, es war schon vorhersehbar, aber ich mag sie sehr gerne. Und dann, ähm, ja. Starten wir doch rein in die finale Runde. Die Challenge muss ich sagen, klar, die ist nicht so eine krasse Einschränkung, aber ich finde es trotzdem ganz cool. Und jetzt haben wir den Frühling erwischt. Und ich hatte tatsächlich recht, als ich bei 150 TTM gesagt habe, ich glaube, der Frühling ist mit Kirschblüten. Wie wunderschön auch der Stadtbaum mit Kirschblüten ausschaut. Aber das freut mich aber, dass wir jetzt im gespiegelt Modus nochmal einen anderen Ding bekommen. Dann hoffe ich, dass wir in 200 TTM entweder Herbst oder Winter bekommen. Na, das habe ich mir jetzt schon fast gedacht. Naja, ich hoffe mal dann, dass es doch noch passt. Ich muss sagen, die Bewohner, Bewohner und Bewohnerinnen schaut sehr cute aus in dem Style hier im Mario Kart Style. Aber die Bewohner sind ein bisschen creepy. Also, die Bewohner einer Stadt. So, ich werde jetzt auch mal möglichst lange das hier behalten. Hä? Ne, das ist schon der Frühling, ne? Ja, genau. Im Sommer stehen hier nämlich diese Schanzen, wo ihr halt rumlaufen könnt. Ehrlich, ich bin schon nur Knabi. Wie geht es dir so? Oh, sie ist auch voll cute. Und da steht der KK. Also, ja, alles auch hier immer ein bisschen anders. Ihr seht schon, die Schanzen sind, ey, ein bisschen anders, als es war. Ach, komm. Nein, 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 nein. Hallo, warum erwischt ich es trotzdem mich? Was soll denn das? 300 Sternis habe ich da nicht. Also, Mann. Aber wenn ich mich nicht täusche... War das das... Ne, das war nicht so. Oder? Doch. Boah, jetzt bin ich verwirrt. So Säcke waren es doch ab 1000 Sternis, ne? Und 100 Sternis waren doch immer solche Geldteile. Das heißt, eigentlich sollten wir gerade 500 Sternis dabei haben. Er hat 600. So, und ich habe es ja schon oft gesagt. Als erster einen roten Panzer ist einfach super. Oh, guck mal. Die Musik ist auch in dem Crossing. Klar, passt ja. Aber ich kann sie nicht so ganz wiedererkennen von New Leaf. Also, vielleicht ist sie nicht aus New Leaf. Es kann natürlich sein, dass sie da was eigenes komponiert haben. Nein, Auto. Hallo, was soll das? Äh, Schlausteuerung. Das war jetzt nicht ganz fair. Aber okay, weil ich heute eigentlich brauche. Vielleicht hätte ich es gar nicht geschafft. Aber hey, ich hätte es probiert. So. Ich muss sagen, die Frühlingsversion auch recht schön. Ich kann jetzt leider noch kein Fazit geben, wenn ich... Ah, da, guck mal. Da war Olli. Das ist mir jetzt neu aufgefallen. Äh, ich kann jetzt leider noch kein Fazit geben, was mir am besten gefällt. Weil dafür, naja, muss ich jetzt nochmal eigentlich hintereinander alle sehen. Aber ja, ich finde es, wie gesagt, richtig cool, dass wir jetzt nochmal eine zweite Version gesehen haben. Hallo? Oh, ich wollte eigentlich Item einsetzen. Aber, aber irgendwie jetzt gerade die Störung vergessen einfach. Oh ja, wir haben den Cup tatsächlich geschafft. Zweiter Anlauf. Sorry, musste ich mir kurz geben. Die Museumsmusik. Wer kennt sie nicht? Ach, einfach wunderschön. Eugen. Eugen habe ich jetzt gar nicht gesehen. Also doch, der stand da. Da hat man ja auch das Museum gesehen. Aber jetzt im Endscreen war ich... Ja, wir haben den Cup geschafft. Den vorletzten mittlerweile. Super, super. Ja. Wie gesagt, ein richtig schöner Cup. Ich mag ihn. Ich wollte jetzt nochmal gucken. Irgendwie ist mein Kopf heute nicht so toll, weil ich habe vergessen, dass die zweite Strecke das Käseland ist. Genau. Aber ja, ich würde es tatsächlich auch so werten. Mein erstliebstes ist Animal Crossing. Zweitliebstes Wilder Wippelweg. Drittliebstes Käseland. Und viertliebstes der Babypark hier auf diesem Cup. Also ja, das ist eigentlich genau richtig rum. So, es wird immer besser pro Strecke, die man fährt. Alright, Leute. Jetzt fehlt uns noch ein Cup, glaube ich, nämlich der Glocken Cup, wenn ich mich nicht täusche. Hier im gespiegeltem Modus. Danach wagen wir unseren 200 TCM. Wovor ich schon einen Riesenrespekt habe. Aber jetzt sehen wir uns erstmal bei der letzten Challenge nochmal im nächsten Part dann. Wir sehen uns dort. Habt einen schönen Tag und bis dorthin. Ciao. Musik